Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nr. 6, eine neue Aufnahmesession wieder bei mir. Und wir haben heute und in den nächsten Folgen natürlich gleich mal wieder was dazu. Was ist denn hier schon wieder los? Okay, ich glaube wir brauchen bald den Fallschirm, weil lang können wir mit dem nicht mehr nach. Gut, es geht nach unten. Funktioniert er schaulich gut, muss ich zugeben. Sehr schön, war eine gute Idee da einen Wingsuit auszupacken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, denn die wollen da unten ja gleich weitermachen. Die große Frage ist natürlich, decken wir so überhaupt irgendwas auf von dem Ganzen hier? Ne, na Glückwunsch. Okay, wir haben nichts aufgedeckt von dem hier, das ist ja toll. Jetzt landen wir hier mittendrin und kennen von Ulla Dulce überhaupt gar nichts. Und da habe ich schon wieder vergessen. Ich starte nochmal ganz kurz raus, dass ich mein anderes Programm hier anschalte. Und zwar das hier mit den Bildern. So, ja, ja. Und dann haben wir hier einmal die Pfade und da schreiben wir rein Far Cry 6. Nicht 9, sondern 6. Da haben wir es. Und dann geht es auch schon weiter. Muss ich nochmal ganz kurz raustappen. Warte mal ganz kurz. Okay, ich habe gerade den Punkt nicht gesehen. Bei OBS beim Aufnahmenprogramm habe ich schon gedacht, huch, nehme ich denn hier überhaupt auf hier den coolen Flug von gerade eben. Hier sind wir gestartet von der René-Station, äh, René-Station Tainio-Gipfel und sind über Ulla Dulce durchgeflogen. Weil er hat das hier nicht entdeckt. Finde ich ein bisschen schade, muss ich zugeben. Weißt du, was wir machen? Wir holen uns ein Auto. Dann könnten wir uns ein Pferd holen. Das hat genau ein PS. So. Was hupst denn jetzt so blöd stark aus da? Ne. Ich wollte ein Pferd haben. Aber das hast du ja nicht. So. Da kommt ein Pferd, aber mit Reitern, mit Feindlichen. Das ist doof. Ich würde ganz gerne nochmal bis hierher zurückfahren. Nur damit wir das alles entdecken. Nur damit wir das alles entdecken. Momentanmaß. Wir kehren aber momentanmaß gleich mal wieder den Rücken, denn wir haben etwas vor. Wir wollen heute auf Entdeckungsreise gehen. Auf Entdeckungsreise im Ländle. Mitten im Gebiet. Und wir machen das aber nicht ohne Grund. Und wir wollen ja irgendwann mal zur nächsten Hauptmission von Bichu, nämlich zu Radio Libertad. Als kleines Gegenangebot zu Radio... ...Verdad. Genau, jetzt ist mir der Name gar nicht angefallen. Radio Verdad heißt ja das Radio von den FND-Leuten, von den Soldaten. Und wir wollen hier oben Radio Libertad gründen, von Bichu, nämlich. Wir müssen auf Sendung und Castillos Propaganda mit Libertad's Wahrheit bekämpfen. Das wird aber noch eine Malle dauern. Denn auf dem Weg dorthin haben wir zahlreiche Hürden, die wir erst überwinden müssen. Und los geht's gleich da vorne. Wir haben die Flugabwehranlage Alpha. Der Anfangsbuchstabe des Alphabets. Hier haben wir Nummer 1. Der Flugabwehranlage der Hunderten. Die wir mittlerweile, denke ich mal, waren es natürlich nicht. Ist ein bisschen übertrieben. Aber wir haben schon, ja, die ein oder andere Flugabwehranlage erledigt. Auf jeden Fall eine weitere hier zu finden. Dann fahren wir hinauf. Die dicke Hauptstraße über Lago de los Leones Richtung hierhin. Richtung Schatzsuche. Der wahrste Hürden mit dieser lustigen Zeichnung hier auf dem Boden. Die sieht man sogar auf der Map. Das finde ich ziemlich lustig. Das schauen wir uns dann definitiv einmal an, wenn wir dort sind. Ein Kraftwerk habe ich da schon mal gelesen. Also vielleicht gibt es hier auch noch irgendwas Größeres zu entdecken. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es dann da hinten weiter mit einem Kontrollpunkt. Und zwar einem Kontrollpunkt Jardines Celestiales. Und zwar ein Kontrollpunkt mit einem FND-Depot direkt daneben. Und wenn wir dann durch den auch durch sind, dann machen wir eine kleine Linkskurve, biegen wir hier links ab und fahren Richtung El Tronco. Entweder zum FND-Depot oder zur Mission Radio Libertad. Dann sind wir am Ziel angekommen. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Aber dieses Ziel ist noch in weiter Ferne. Denn jetzt geht es erstmal los mit der Flugabwehranlage da oben. 600 Meter. Ich weiß überhaupt nicht, was da vorne brennt eigentlich. So, runter geht das doch deutlich schneller. 50 dürfen wir fahren. Wir fahren jetzt 120, glaube ich. Das ist ein bisschen schnell vielleicht. Aber egal, egal. Alles in Ordnung. Hallo! So, der Drift-König ist zu Hause. Na, weißt du was? Die nehmen wir auch mit, die 10 Punkte. Oder auch nicht. Lassen wir sie stehen. Auch okay. Habe ich anscheinend ein bisschen zu früh wieder eingelenkt. Aber da vorne gibt es das nächste Plakat. Dann holen wir uns das. Was macht der denn jetzt? Aha. Ich glaube, der hat einen Mörser losgeschickt. Oh. Das ist kein Mörser. Das ist ein Jet von oben. Der glaubt, der muss hier jetzt auch wieder mitmischen in dem Ganzen. Ich muss sagen, unser Fahrzeug hat das erstaunlich gut überlebt. Das hat er nicht mal Schaden genommen. Pfff. Ja. Ja. Leg dich mal dazu. Okay. Nochmal. Hallo? Der hat das zurückgeworfen. Okay. Okay. Jetzt versucht sie mich mit meinen Waffen zu schlagen. Erst mal eine Anrauchung. Ganz wichtig. Im Kampf. So, das wäre sie gewesen. Ist zwar unser Fahrzeug, aber das macht nichts. Wir müssen jetzt schauen, dass wir überleben können. So, und ansonsten ist da, glaube ich, eh nicht mehr wirklich viel zu tun. Okay. Wo sind wir denn hier überhaupt? Haben wir diese Tankstelle da drüben schon entdeckt? Ich weiß es gar nicht. Werden wir gleich mal rüberschauen, würde ich sagen. Das arme Fahrzeug. Oh, du tust mir so leid. So, da unten ist die Abwehranlage. Da müssen wir hin. Okay. Gut, wir können uns das theoretisch jetzt aber auch schon holen. Huch. Weil da ist ja jetzt eh kein Soldat mehr. Dann wäre das zumindest mal ermüdigt. Luftraum befreit. Flugabwehranlage Alpha kann sich jetzt einreihen. Bei den Flugabwehranlagen, die wir mittlerweile schon alle zerstört haben. War da noch was? Nee. So. Bisschen hiervon, ein bisschen davon. Wir brauchen nix. Nehmen trotzdem mal das mit. So wie immer. Munition brauchen wir schon, ausnahmsweise. Was haben wir da wieder schönes? Uh, Uranio Empobrecido. Überall dort gibt es Uran. Und überall dort, wo es Uran gibt, gibt es auch eine Flugabwehranlage. Und das hier? Nee. Das ist nicht die. Oder? Na, vielleicht sogar schon. Und ich glaube, das hier, das mit den Hauptstraßen, ist jetzt aber nicht so ganz akkurat hier, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen anders eingeteilt hier. Das stimmt nicht so ganz. Auf jeden Fall, das hier sollte die Flugabwehranlage sein, die wir gerade zerstört haben. Was ist denn hier los? Huch. Auf einmal wird der Bildschirm schwarz. Wahrscheinlich wird irgendwas im Hintergrund aufgegangen. Muss ich nochmal gucken. Wer ist er? El Café del Presidente. Achso, der alte Präsident. Okay. So, warum brummelt das eigentlich noch so? Kann man das eigentlich auch zerstören? Ich meine, das haben wir noch nie probiert, glaube ich. Ja, es hat mir ja viel zu laut hier durch die Gegend gebrummelt. Das musste zerstört werden. Es brummelt aber blöderweise immer noch. Cool. Gar nicht gewusst, dass das geht. Bringt zwar überhaupt nichts, aber sieht geil aus. Das muss man sagen. Ach, das brennt hier. Da hinten ist irgendeine Anlage. Okay, okay, okay. Die will ich aber gar nicht entdecken. Weil sonst haben wir so eine Marke auf der Karte und wissen dann schon, um was es dort geht. Und das will ich nicht. Das will ich nicht. So, sonst gibt es da, glaube ich, nichts. Aber wir haben eh schon relativ viel mitgenommen. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns mal an der anderen Straßenseite um. Ja, hier bin ich. Bisschen zu hoch gezielt, aber trotzdem weg vom Fenster. Sehr schön. Dann gucken wir uns mal an der anderen Straßenseite um. Und zwar an der Tanke. Rumschießen an der Tankstelle ist, glaube ich, nicht so wirklich das, was man tun sollte normalerweise. Also man sollte normalerweise überhaupt nicht rumschießen, ob das jetzt eine Tankstelle ist oder nicht. Aber weißt du schon, wegen Entflammbar und so. So, Fahrzeuge haben wir da zum Glück. Die können wir uns gleich schnappen und wegfahren. Also das hier nicht, aber das hier. Mit dem kommen wir, glaube ich, nicht weit. So, da kommt ein Panzer. Ich will nicht, dass der jetzt hier rumschießt auf der Tankstelle. Weil das ist dann, glaube ich, katastrophal, wenn der jetzt umfangt, hier rumzuballern. Das endet nicht gut. Aber der ballert gerade seinen eigenen Kollegen von der Straße weg. Das ist auch okay. Und das ist auf einer Cornflakes-Verpackung. Das finde ich ein bisschen scheinbar, dass man sich da nicht mehr Mühe gegeben hat bei diesen Textdokumenten. Da steht zwar überall hier, Marker auf Cornflakes-Verpackung ist ein normaler A4-Zettel. Keine Ahnung, wo da eine Cornflakes-Verpackung sein soll. Aber auch bei vielen anderen Dingen. Wir haben schon auf Serviettenbriefe gesehen und so weiter und so fort. Es ist immer wieder dieser Zettel. Da hätte man sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können und ruhig mal ein paar verschiedene Dinge hier ins Spiel reinbringen. Also ein paar unterschiedliche. Aber ich kann hier nicht das Ding hier auf die Tür klopfen an einer A4-Zettel. Und dann sage ich, das ist ein Marker auf einer Cornflakes-Verpackung. Hä? Wie? Finde ich ein bisschen schade. Aber naja. An dem soll es jetzt nicht scheitern. Hallo? Gibt hier ziemlich viel. Das finde ich gut. Yara 647. Okay, okay. Yara 647 gibt es hier sehr oft. Auch 476 oder 674 oder 746 oder alles. Alles. Gibt es alles. Nur die vier Zahlen. In allen möglichen Konstellationen. Klo? Gibt es keins. Okay. Achso. Das ist der Ring hier. Ich dachte schon, da ist irgendwas zum Looten da unten. Bin ich schon wieder so lootgeil? Ich möchte am liebsten alles mitnehmen. Die ganze Tankstelle. So. Da ist nichts. Ich weiß gar nicht, ob wir da hinten schon waren. Nein. Siehste. So. Da ist aber auch nichts mehr. Vier einsamer Reifen. Aber das war es dann auch. Gut. Winterreifen braucht es hier glaube ich überhaupt keine. Also Winter. Ich glaube, das ist ein Fremdwort für die Leute hier. Das steht höchstens im Duden. Aber das war es dann auch. So. War es das? Das war es. Ich glaube, das war es. Oh je. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Bisschen wieder reinzoomen. Auf dem Boden der Tatsachen. Und dann gucken wir mal, wie es da vorne aussieht. Lago de los Leones. Der See der Löwen. So ähnlich könnte das heißen. Und der Bar Saerana. Eine neue Schatzsuche. Die Leiterin dieses Kraftwerks hat sämtliche Angestellten entlassen, weil sie ihr Büro betraten. Ich sollte herausfinden, was sie versteckt. Wir sind nicht angestellt. Uns kann dort niemand entlassen. Das heißt, wir können das einfach machen ohne gröbere Schwierigkeiten. Und die Wegmarkierung führt uns anscheinend gerade irgendwo hier nach oben. Dann hier wieder nach unten, damit wir hier reinkommen. Das glaube ich nicht, dass wir das tun werden. Wir schnappen uns dieses FND-Auto. Und fahren einfach mal hier die Hauptstraße entlang. Und das würde mich schon sehr interessieren, was jetzt mit dieser ominösen Zeichnung da jetzt aufsicht hat. Die man sogar auf der Karte, auf unserer Karte sehen kann. Irgendeine Zeichnung von irgendeinem FND-Soldaten. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ist das hier oder da unten? Oder irgendwo an dem Felsen vielleicht? Ich geh nicht weg. Halt die Fresse! Achso, das ist ja einer, der dazugehört. Scheiße. Was für ein Strom? Hä? Was regiert die? Äh, wir haben hier ein paar Anhänger. Guck mal, man sieht's allein schon am Outfit. Dieses weiß-rötliche Outfit heißt schon, die ist auf der Seite von König Anton, kann man fast schon sagen. Und sie hier auch, der hat so einen kleinen Sticker hier. Wo sind da Geiseln? Das sind keine Geiseln, die sind ganz normal. Also, mehr oder weniger. Da sind anscheinend ein paar Unterstützer hier in dieser Umgebung. Gut, der redet nix mit mir. Verständlich irgendwie. Und da haben wir diese Zeichnung. Interessant. Eine Zeichnung, das ist aber nicht irgendein Soldat. Das ist, glaube ich, Anton höchstpersönlich. Sieht zumindest von hier so aus. Ich glaube, wir sollten das von unten mal angucken. Ich denke mal, es wird wirklich was zum Finden wir jetzt hier nicht geben. Deswegen stürzen wir uns nach unten. Mal schauen, wie das aussieht. Interessant, interessant. Das Kraftwerk. Und direkt daneben eine fette Zeichnung. Es ist wirklich Anton, ich weiß es gar nicht. Oh, das sind da wohl die Angestellten. Ich weiß es gar nicht. Ist es Anton? Also, hier auf der Karte sieht es definitiv nicht so aus. Vielleicht ist es auch irgendein Soldat. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall irgendjemand von FND. Irgendjemand von denen. Wo sind wir denn da überhaupt? Compania Central der Elektrizität, Ministerio der Energía. Wir sind also bei irgendeiner Company, wo es um Elektrizität geht. Und das Ganze ist unterstellt dem Ministerium für Energie. Okay, das wissen wir. Das haben wir jetzt rausgefunden. Alleine schon von dem Logo hier gerade. Castillo, El Exterminador. Fuck Castillo, no a la dictadura. Nein zur Diktatur. Scheiß auf Castillo. Er hat einen Eimer am Schädel. Also, die sind auf jeden Fall erboost, die Leute hier. Das ist ganz klar. CCE Electrical Substation 31. Oh, 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 oh. So, erstmal gucken, was wir hier so finden können. Oh, je. Okay, das ist, glaube ich, nicht wirklich das Gute. So. Keine Angst, ihr könnt schon weiter demonstrieren. Ihr könnt schon weiter demonstrieren. Wir haben alles im Griff. Alles unter Kontrolle. Nur da unten haben wir irgendwas nicht unter Kontrolle. Na, dann hören wir auf. Am besten jetzt. Na, eher nicht so. Red lieber mit mir. So. Was weißt du? Die haben anscheinend hier wirklich lange gewartet. Guck mal, Abajo Land Dictatura. Was auch immer das heißen mag. Irgendwas mit Diktatur auf jeden Fall. Castillo Veneno. Fuck Castillo. Die haben wirklich lange gewartet und lange demonstriert hier. Hier. Ach so, da drüben. Na, der ist eh schon tot. Okay. Interessant, interessant, interessant. Vielleicht soll das auch ein Symbolbild sein für die Arbeiter, die die Energie am Laufen haben. Ich weiß es nicht. Da hinten sieht man, man sieht, man sieht die Leitungen, die Stromleitungen. Man sieht die Blitze, die natürlich für Elektrizität stehen. Aber man sieht eben auch dieser rote Pfeil nach oben. Und das heißt eben, das Ganze hat was Militärisches auch noch an sich. Einen militärischen Beigeschmack. Und ich bin sehr gespannt, was wir da drinnen in diesem ominösen Büro jetzt finden können. Wo alle gekündigt wurden, die dort reingegangen sind. Was versteckt die dort? Einen geheimen Generator oder so? Mal schauen. Was haben wir denn da? Ein handschriftlicher Brief. Aguila. Ich bin noch nicht mit dem Bau des Abzugsgraben fertig. Ich pflege sie an. Lassen sie mich das Ding fertigstellen. Ich brauche meinen Lohn, sonst verhungert meine Familie. Por favor, zeigen sie Gnade. Schreibt Perez. Und ein zweiter Brief hier unten. Ein strenger Brief. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe wiederholt angerufen und persönlich vorbeigeschaut. Meine Stadt hat keinen Strom. Da sie nicht reagieren, werde ich jeden Tag kommen und an diese Tür hämmern, bis etwas passiert. Wir brauchen Strom. Sie arbeiten für Yara. Ein Bürger von Rubin. Wahrscheinlich leben dort die nicht wahren Yaraaner, die falschen Yaraaner. Und die müssen ohne Strom klarkommen. Der war's, der Yaraaner. Den suchen wir hier. Und das wird wahrscheinlich die Geschäftsleitung sein. Kündigung schreiben. Ich habe es ihnen doch gesagt. Ich habe sie gewarnt. Aber niemand hat auf mich gehört. Schließlich bin ich nur die Geschäftsleitung. Bedeutet ihnen die Befehlskette gar nichts? Nun wurden dank ihnen alle Angestellten des Elektrizitätwerks Gran Finca entlassen, weil sie mein Büro betreten und sich an meinen Habseligkeiten vergriffen haben. Ich bin verpflichtet, sie darüber zu informieren, dass Versuche, das Gebäude zu betreten, rechtliche Konsequenzen haben wird, sagt J. Aguila. Die Geschäftsleitung. Interessant. Alle Mitarbeiter wurden entlassen, weil sie das Büro des Managers betreten haben? Was für ein Arsch macht solche Regeln? Scheiße. Ich bin hier rein. Nicht ohne rechtliche Konsequenzen auf jeden Fall. Das wissen wir. Und sogar da drüben wurden Graffitis gesprüht. Guck mal. Eigentlich ziemlich gefährlich, weil da geht es schon sehr steil bergab. Man sieht die Strömung. Die reißt einen definitiv mit. Aber trotzdem. Sprayer haben es bis dorthin geschafft. Ich gehe mal ganz kurz nach unten nochmal, um zu gucken, ob wir dort was finden können oder ob da vielleicht ein Eingang oder sowas ist. Aber ich glaube fast nicht. Das ist auch kein Eingang, oder? Nee. Da drüben ist auch kein Eingang. Hier ist auch kein Eingang. Da kommen wir wieder nur nach oben. Dann gucken wir uns mal da drüben mal ganz kurz um. Vielleicht kommen wir ja hier rein, durch den Lüftungsschacht. Oder hier unten. Da leuchtet nämlich irgendwas grün. Da vorne leuchtet es rot, hier leuchtet es grün. Vielleicht heißt das ja was. Ich gehe mal ganz kurz von der Seite gucken. Vielleicht können wir da ein bisschen mehr entziffern. Beziehungsweise wir können gleich mal looten, wenn wir schon mal da sind. Betritt das Büro der Leiterin. Ich muss da reinkommen. Ach, da ist ja gar nichts zum Looten. Das ist ja nur so eine Werkzeugkiste. Okay. Und da führen die Stromleitungen lang. Ist das ein Wasserkraftwerk? Sieht mir ganz danach aus. Strom durch Wasser. Nein, immerhin eins machen die richtig. Wobei dieses Kraftwerk bestimmt schon bevor das Castillo-Regime wieder an die Macht kam, hier stand. Das war bestimmt noch eine Relikt aus Zeit von Libertad Nummer 1. Als Libertad das Land geführt hat. Trotzdem natürlich in einen wirtschaftlichen Absturz. Genau, das ist das Wort, das mir gefehlt hat. Libertad war ja schon mal an der Macht. Hat es aber nicht so wirklich hinbekommen, das Land in die richtige Richtung zu führen. Dann gab es eben Unmut in der Bevölkerung. Es gab neue Wahlen, wie auch immer die abgelaufen sind. Und dann kam Herr Anton Castillo an die Macht. Aber dass der seine Macht so ausnutzt, das hätte wahrscheinlich nur ein geringer Prozentsatz gedacht von den Leuten, die ihn gewählt haben. Ja, ich glaube, das wird unser Eingang sein hier unten. Naja, und wenn da hier keiner mehr ist, keine Arbeiter, keine Angestellten, wer soll denn hier weiterarbeiten? Niemand. Das Ganze bleibt einfach so, wie es ist. Da werden Rohre angeliefert. Da wollte der Bagger anscheinend noch irgendwie was ausbuddeln. Funktioniert natürlich nicht, weil der Bagger ist auch nicht so high-tech, dass er selber buddelt. Der braucht natürlich noch niemanden. Und das ist anscheinend unser Eintritt hier nach unten. Na, ich bin gespannt. Ich rechne jetzt ehrlich gesagt nicht damit, dass wir da irgendwelche Feinde haben werden. Aber ich rechne damit, dass da möglicherweise irgendwelche Viecher drin liegen könnten. Beispielsweise Krokodile oder so. Da war schon lange niemand mehr. Guck mal, wie verrostet das alles ist. Sicherheit am Arbeitsplatz. Es müssen jederzeit Sicherheitshelme und Schuhe getragen werden. Machen Sie sich mit den Standorten aller Defibrillatoren und Erste-Hilfe-Gästen vertraut. Arbeiten Sie bei Inspektionen und Reparatureinsätzen mindestens in Zweiergruppen. Betreten Sie niemals alleine eine Turbine. Unter keinen Umständen Blickkontakt mit dem Manager herstellen. Das ist die Sicherheit am Arbeitsplatz. Aha. Na, das muss ja eine freundliche Firma gewesen sein hier. So, da geht's wieder nach oben. Und auch gleichzeitig nach drinnen. Wir haben ja eine Taschenlampe. Das muss reichen fürs Erste. Oh, den sehe ich ja jetzt erst. Ups. Ja, aber was hat der denn in seinem Büro? Das gibt's ja gar nicht. Und warum sagt's eigentlich immer der Manager, weil wir doch wissen, dass das eine Frau ist? Ui, 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 ui. Aha. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Was ist denn hier passiert, bitteschön? Das ist ja ein Tempel. Da will ich ja gar nicht hinschauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der arme, alter Falter, gefoltert. Guck mal, das Blut hier. Dass das alles von einer Person stammt. Und der hängt da oben. Okay, hier wäre man anscheinend auch noch nach drinnen gekommen. Ei, 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 ei. Was ist hier passiert, bitteschön? Überall ein Foto von Anton. Also das eine geht ja noch, aber da drinnen. Hallo, hallo, hallo. Da ist eine Nachricht. Ja, nicht nur eine. Unten liegen auch noch welche. Alter Falter, was hat der für eine Störung? Nachdügliche Nachricht. Pacho oder Pacho, weiß ich gar nicht. Zum letzten Mal machen sie die Rohre sauber. Mit einem Druckluftgerät von mir aus. Auch mit bloßen Händen. Mir egal, aber erledigen sie es endlich. Es ist ihre Aufgabe, sich um die Verstopfungen zu kümmern. Wenn es hier zu einer Überschwemmung kommt, werde ich sie höchstpersönlich hängen. Aguila. Oh, 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 oh. Das wird dann vermutlich der hier sein. Der da vorne. Und da steht auch schon, I quit. Ich kündige. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Monster? Rohre sind verstopft. Was hat man wohl davon, wenn man alle vorjahrt? Und bekommen wir deswegen nicht den Strom an? Oder wie müssen wir hier die Rohre jetzt reinigen? Ich denke mal, wenn der Strom läuft, würden wir da auch reinkommen können. Aber wir lesen uns jetzt erstmal durch, was es hier so zu lesen gibt. Eine gedruckte Nachricht. Die Prüfung für Ware Yarana ist Pflicht für Mitarbeiter. Die Prüfung hat einen schriftlichen und einen praktischen Teilen umfasst. Wissen über yaranische Geschichte und Geografie. Singen traditionelle yaranische Lieder. Tests der körperlichen Fitness. Das Vorlegen von Unterlagen der Familiengeschichte und das Ablegen eines Eides für Land und Castillo. Wenn die Prüfung nicht besteht oder nicht ablegt, wird entlassen, sagt J. Aguila, die Leiterin. Das heißt also, das Ganze ist einfach ein stinknormaler Betrieb von Anton Castillo selbst. Das ist kein Elektrizitätswerk, das irgendwie für die Bevölkerung da ist. Das ist einfach ein Betrieb von Anton Castillo selbst. Nur die Leute, die vollkommen hinter ihm stehen, die dürfen hier arbeiten. Die müssen eine Prüfung ablegen, um hier arbeiten zu dürfen. Und selbst wenn das alles hier den Bach runter geht, die Rohre sind verstopft, Strom hat überhaupt niemand mehr, völlig egal. Lieber arbeitet niemand hier, bevor hier irgendjemand arbeitet, der nicht hinter ihm steht. Das ist einfach nur krank. Krank, 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 krank. Prüfung für wahre Yarana. Da haben wir es ja schon. Erstens, haben sie Elbpräsidenten Anton Castillo gewählt? Ja oder nein? Das Paradies ist für alle da. Wahr oder falsch? Der Löwe ist ein erhabenes Tier. Das Gesetz beschützt mich. Ich respektiere und fürchte das Militär. Alle falschen Yarana sind Parias, aber nicht alle Parias sind falsche Yarana. Diego Castillo ist der Sohn von Maria Marquesa. Kunst bedeutet absolute Ausdrucksfreiheit. Und in einem Staudern zu leben ist cool. Und wenn man wahrscheinlich eine von diesen neun Fragen falsch beantwortet, dann endet man möglicherweise so, wie der da oben. Die Prüfung bei der ersten Frage verkackt. Ach du Scheiße. Da verschiedene Formulare. Huch, Formulare zum Ausfüllen. Und Sueno del Paraiso. Bücher von Anton Castillo. Alter Falter. Was haben wir da noch? Memo in Großbuchstaben. Betreten des Büros verboten. Mitarbeiter dürfen das Büro ohne Genehmigung der Leiterin nicht betreten. J. Aguila, die Leitung. Und das ist anscheinend ihr Büro. Die Leute hatten Glück, dass sie rausgekommen sind. Diese verdammten Fanatiker. Ach du Scheiße. Wie viele Bilder hier allein von Anton drin hängen. Alter Falter. Dann anscheinend noch irgendein Bild von Anton als Kind. Die verehrt den. Die verehrt den richtig. Das ist nicht mehr... Ich hab den gewählt damals bei der Wahl. Die verehrt den richtig. Was ist denn hier passiert? Mit dem Feuerlöscher schlagen. Na Glückwunsch. Nachricht auf Schmierpapier. Meermor. Ich weiß, wir haben abgemacht, dass ich diesen Job behalte, weil Aguila mich nicht gefeuert hat. Aber ich ertrage sie einfach nicht mehr. Sie redet ständig nur von Castillo. Tag und Nacht. Und jetzt lässt sie mich nicht mehr aus dem Kraftwerk. Ich muss hier sogar übernachten, wenn ich meinen Job behalten will. Sie verlangt, dass ich hier schlafe. Sie kontrolliert, was ich esse und wann ich trainiere. Sie zwingt mich, Gebete an Castillo aufzusagen. Sie ist wahnsinnig. Ich hab Angst um mein Leben. Ich komme nach Hause. Lieber bin ich hungrig und bei dir als todunglücklich. Und bei ihr. Schreibt Paco oder Paco oder wie auch immer. Das heißt also, die war so vernarrt in diesen Anton Castillo, in den Präsidenten, dass die niemanden mehr vertraut hat. Abgesehen von diesen Tester unten, den die Leute ablegen müssen, dass die niemanden mehr vertraut hat. Und die Leute, die hier arbeiten, nicht mal mehr nach Hause gehen durften, nicht mal mehr rausgehen durften an die Öffentlichkeit. Weil es da sein könnte, dass die dort mit irgendjemanden möglicherweise quatschen oder irgendwas aufnehmen, was möglicherweise gegen Anton sein könnte. Und dann ist sie natürlich nicht mehr in der Situation wie jetzt, dass sie hier die alleine gemacht hat, wenn irgendjemand versucht aufzumucken. Und natürlich auch hier. Es waren insgesamt anscheinend mal fünf Arbeiter. Also, damit ihr nicht vergessen, für wen sie das Ganze tun, nochmal ein schönes Bild hier oben von Anton Castillo. Und da drüben auch nochmal. Volta schlägt wieder zu. Ausgabe Nummer 5. Volta, man kann es nicht sagen, ohne zu schreien. Volta, ich liebe es. Ich schreie es gerade von der Spitze eines Mogottes. Er ist die Seele eines sechsjährigen Jungen, der in einem mechanischen Konstrukt gefangen ist, das EMP-Bellen aussenden kann, um alle Technologie in einem riesigen Radius außer Gefecht zu setzen. So ähnlich wie du die Seele einer sechsjährigen bist, der im Körper der ängstlichen tausendjährigen Guerilla Dhani gefangen ist. Komm zu mir, wenn du eine topische Creme für diese Verbrennung brauchst. Ich glaube eher tropische Creme. Äh, Juan Cortez. Volta schlägt wieder zu. Ausgabe Nummer 5. Irgendwelche Comics von ihm. Warum sind die Ketten hier? Wurden die angekettet vielleicht auch noch? Ich meine, wundern würde mich gar nichts mehr. Ganz ähnlich. Wo kommen wir denn hier jetzt eigentlich raus? Achso, durch den Haupteingang. Okay, na, ist ja gut. Da ist es okay. So. Und so wie es aussieht, kommen wir nicht drum rum. Wir müssen die Rohre reinigen. Die Frage ist nur, wie? Bis ganz nach unten müssen wir oder wie? Was gibt es denn dort überhaupt? Ah, das flunkert ja hier schon. Ah, so viel zu gut. Wir müssen hier reinigen. Achso, das kann nicht das einzige sein. Das ist doof. Ah! Interessant. Wir kommen hier also Stück für Stück weiter nach unten. Ich wollte schon sagen, wie soll man denn jemals da unten irgendwas sammeln können? Guck mal, wie weit unten das liegt. Das Wasser weicht zurück, wenn wir die Rohre reinigen. Wir müssen immer wieder Ausschau halten nach dem hier. Nach diesen Öffnungen. Also, Achtung. Mehr kann ich nicht übersetzen. Mal gucken, wo die anderen Rohre sind. Äh. Wird sicher gar keins mehr. Glückwunsch. Ähm. Da drüben vielleicht? Ja, probieren wir mal. Wir können uns ja bewegen. Zumindest in der Oberfläche. Das ist ja hier möglich. Und da ist das zweite Rohr. Einmal draufballern und weg. Hätte man sich ruhig irgendeine Animation einfallen lassen können, wie man diese Rohre reinigt. Nicht einmal draufballern und weg. Ich wollte schon mit dem Raketenwerfer draufschießen zuerst. Gutes, was wir es nicht gemacht haben. So. Jetzt wird es da drüben anscheinend wieder weitergehen. Schauen wir mal. Wo ist das nächste Rohr? Möglicherweise auch hier. Da. So. Das heißt, hier können wir uns jetzt schon mal wieder frei bewegen. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Dann kommen wir hier nach unten. Zumindest stückchenweise. Und können wir auch schon halten nach dem nächsten Röhrchen. Das wird dann vermutlich das hier sein. Das ist bestimmt nicht ohne Grund hier. Die Klappe ist offen. Zack. Und das gesamte Wasser sollte jetzt abgeronnen sein. Sehr schön. Jetzt kommen wir bis ganz nach unten, wo wir dann aber wieder rauskommen könnten. Theoretisch. Ich gehe trotzdem mal nach unten, um zu gucken, ob wir dort was finden können. Da sind wir. Oh. Da ist sogar eine Leiche drin. Das dürften alle gewesen sein. Mal sehen, ob wir jetzt Strom kriegen. Scheiße. Kein schöner Tod. Ach du Scheiße. Ist das sie vielleicht? Ist das die Leiterin? Ich meine, es ist natürlich ein Anzug von Castillo. Das ist klar. Ein Anzug vom Regime. Und es ist eine Frau. Ist das die Geschäftsleitung? Hat die wahrscheinlich selber versucht jetzt irgendwie Hand anzulegen, nachdem sie ja keine Mitarbeiter mehr hatte. Alle haben gekündigt oder wurden getötet. Dann bleibt nicht mehr viel übrig, als selbst Hand anzulegen. Und entweder ist sie da unten verreckt, weil sie verblütet ist. Oder sie ist ersoffen. Das kann natürlich auch sein, weil das Wasser eben gestiegen ist und gestiegen ist und gestiegen ist. Und sie ist irgendwann nicht mehr rausgekommen. Na so viel zum Arbeitsschutz. Betreten sie die Turbine immer zu zweit und gehen sie niemals irgendwo alleine hin. Hat ja gut funktioniert. So, sonst gibt es ja glaube ich eh nichts mehr. Da muss man ja fast schon sagen, die Arme. Aber ganz ehrlich, der hat ja so viele Mitarbeiter wahrscheinlich. Fünf waren es ja insgesamt. Wir haben fünf Matratzen gesehen. Wobei es wahrscheinlich ursprünglich mehr gewesen sind. Fünf waren wahrscheinlich dann noch die, die übrig geblieben sind. Die gedacht haben, sie tun sich das vielleicht doch nochmal eine Weile an. Also da oben waren wir ja schon. So und theoretisch sollten wir da jetzt eigentlich die Tür öffnen können. Ich muss herausfinden, wo die Rohre blockiert sind. Denn Pakazite, Schüsse sollten reichen. Na gut, das haben wir ja schon. Die Chefin hat eine gewisse Obsession mit dem Büro in ihrem Büro-Schrein versteckt. Ja, schaut gut aus. Was ist in diesem Büro? Alter Falter. Völlig, 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 völlig besessen. Kein Wunder, dass da niemand rein soll. Die hätten die ja für verrückt erklärt, wenn da wer reinkommt und sieht das hier. Die hat ja mehr Poster von ihm als er selbst wahrscheinlich. Und nicht nur von ihm, auch von dem Kleinen, von Diego, von seinem Vater, hier von Anton und Diego, hier von dem Vater und der Mutter und Anton. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wie viele sind das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Mindestens zwanzig. Und da unten liegen ja nochmal welche. Äh, 25 wahrscheinlich sogar. Mindestens 25 Bilder allein in diesem Raum. Da sind die da hinten. Und dort, wo die Mitarbeiter geschlafen haben, die Bilder noch gar nicht mitgezählt. 25 Bilder alleine hier. Flaggen, Kerzen, überall. Wie in einem Altar hier. Das ist ja unglaublich. Offizielle Mitteilung. Dies ist eine offizielle Mitteilung vom Büro des Präsidenten. Gegen sie wurde eine einstmällige Verfügung erlassen. Ab sofort ist es ihnen verboten, sich dem Präsidenten auf weniger als 300 Metern zu nähern, dem Präsidenten Briefe zu schreiben, ihrer Liebe zum Präsidenten in unangemessener Art und Weise Ausdruck zu verleihen, zu versuchen Unterwäsche zu erwerben, die vom Präsidenten getragen wurde. Oh Gott. Bei Zuwiderhandeln gegen einen dieser Punkte werden sie die volle Macht des Gesetzes zu spüren bekommen. Die war richtig besessen von ihm. Naja, gestorben bist du. Nur nicht für Jahre. Die war richtig besessen von ihm. Was haben wir da? 150 Punkte auf jeden Fall. Schatzsuche abgeschlossen. Holla, die Waldfee. Alter Brief, Anton. In ein paar Stunden werde ich im Namen von Yara hingerichtet. Es gibt eine Sache, von der ich will, dass du dich an sie erinnerst, mein Sohn. Du wirst stark werden und du wirst hungrig werden. Du musst abwarten, bis du Beute machst. Werde stark, werde schlau. Hör auf deine Mutter. Vergiss nicht, du bist ein Löwe. Hat die hier vielleicht sogar Dokumente gehabt von den Eltern? Weil es könnte natürlich sein, dass sie Verschiedenes ausgeraubt hat. Relikte des Regimes. Dass sie Verschiedenes ausgeraubt hat, wo früher mal diese Bilder beispielsweise und so versteckt waren und alles mitgenommen hat in den Büro. Dass sie so besessen war und alles von ihm haben wollte. Persönliche Checkliste. Der tägliche Weg des wahren Yaranas. Aufstehen mit der Sonne zur Melodie von Yaras Nationalhymne. Mein Traumtagebuch ausfüllen. Vor El-Präsidenten salutieren. Macht nichts, wenn er nicht da ist. Er weiß es. Mein Poster von El-Präsidenten anstarren. Heftig. Mein vor allem ein Poster. Welche alle 25? Ein reichhaltiges Frühstück. 20 Kilometer laufen. Das reichhaltige Frühstück bereuen. Eine Stunde Krafttraining, um stark werden Löwe zu werden. Eine Stunde Yoga, um gelenkig werden Löwe zu werden. Zielübungen. Kleine Schusswaffen plus leichte Waffen. Scrapbook gestalten. Abendessen. Regional kein importiertes Essen. Natürlich nicht. In die Flagge eingewickelt schlafen. Wir vorstellen den El-Präsidenten starken, patriotischen Armen zu liegen. Das ist, wie mit Yara Löffelchen zu liegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ja von Dokument zu Dokument immer schlimmer und gruseliger. Da haben wir noch eins. Tief empfundene Nachricht. Lieber Anton, ich hoffe, dass ich nicht versagt habe. Einer meiner Arbeiter, von dem ich geglaubt habe, dass er ein wahres jaranisches Herz hat, wird als falsch entlarvt. Er verachtet meine Hingabe ihnen gegenüber und er verbreitet verleumderische Dinge über sie und mich. Ich habe die Gerechtigkeit selbst in die Hand genommen. Ich bedauere nur, dass ich Paco oder Paco und ich schon früher losgeworden bin. Es tut mir leid, dass ich diesen falschen Jaraner unser Land beschmutzen ließ. Vergessen Sie nicht, dass ich Sie liebe. Ihre ergebene Dienerin J. Aguila. Oh meine Güte, wir sollten schnellstmöglich hier raus. Alter Falter. Die Höhle der Besessenen hier drin, aber definitiv. Was haben wir denn jetzt überhaupt noch? Im nächsten Schritt soll ich mal den Gegnern ein Kompliment machen. Achso, das ist ja schon wieder was anderes. Ich dachte schon, das ist jetzt wegen der Mission hier. Alter Falter. Also ganz ehrlich, da wundert es mich nicht, warum niemand in dieses Büro rein darf. Weil da würde ich auch kündigen. Wenn meine Chefitäten so ein Büro hätten, von irgendjemandem, einem Politiker oder sowas, da würde ich mir schon meinen Teil denken. Ganz ehrlich, da würde ich mir definitiv schon meinen Teil denken. Weil das ist definitiv krank. Und dieses Bild da hinten, das kommt wahrscheinlich auch von ihr, kann ich mir gut vorstellen. Alter Falter. Und die ist die Leiterin von dem Ganzen hier. Oioioioioi. Da sollte man schnellstmöglich schauen, dass da irgendjemand von Libertad herkommt und das Ganze hier wieder irgendwie auf Vordermann bringt. Aber naja, wir haben auf jeden Fall mal entdeckt, um was es hier geht, warum die Leute gekündigt oder getötet wurden und können dann in der nächsten Folge weiterschauen die Hauptstraße entlang Richtung Kontrollpunkt. Das ist unser nächstes Ziel und dann geht's weiter Richtung Radio Libertad, Richtung nächste Hauptmission. Danke dir fürs Zusehen von dieser Runde hier und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry Nr. 6. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.